Ey, seh ich das? Ne, ist das Platin? Ist der Platin? Wieso ist denn der Platin gerankt? Seh ich das richtig? Ist der Platin gerankt? Ja, ja. Ne, der ist silbergerankt. Sicher? Ne, silber ist doch nur zwei Nupsis und da sind doch drei so Abteile bei Kali Bandulu. Ich glaube, ich hoffe, es ist silber. Es ist Platin. Wenn wir hier, also im Rank kein Lucio bei Ilios wäre, äh, wäre, wäre bedauerlich. Hm. Guck mal, vielleicht haben wir ja jetzt Kyrill jetzt in der... Also, guck mal, wenn sie das schreiben, dann ist es kein Bnahting. Das Team ist Serial Lucio, ne? Alter, drück mal P. Guck dir mal die Level an. Oh mein Gott. Was ist so weg? Guck, ich bin wirklich Holzlieger. Wollen wir mal. Aber die anderen, äh, es sah tatsächlich so aus, als hätten die nicht, äh, nicht viel Spielzeit. Ja, oder es sind, äh, sind Smurfs. Smurfs. Ah, hör mir auf. Versau mir nicht schon wieder den Tag. Allein mit diesen Gedanken. Sieht aber bisher nicht so aus. Die Fahrer geht mir ein bisschen auf den Sack. Mhm, der hat mich gerade fast in den Abgrund geschützt. Doppelkill, was ist denn da los? Haben wir irgendwas gegen die Fahrer? Nee, ne? Nee. Ich versuche es momentan. Ich muss grad sagen, du bist der Einzige, der ein bisschen darauf schießen kann. Das wäre vielleicht ganz, ganz lieb. Ich, ich versuch's. Ach du... Oh mein Gott, ist das gemein. Sind ja alle rechts drin? Äh, links. Oh Gott. Rechts, links, links, schwächer. Jetzt wird's massiv. Vorsicht da oben. Seure gerechte Strafe. Haut ab, aut ab. Yeah. Wenn wir nicht bald was gegen die Fahrer unternehmen, hat sich das hier tatsächlich ein bisschen gegessen. Ja. Ich, ich, ich bin leider keine... Ah, ihre Farme, sie ist echt nervig. Das ist unsere. Ja, ne, das ging ja, äh... Ja, es ist aber auch irgendwie gemein. Yonku, Yonku. Wer ist denn Yonku, Yonku? Alter, hab ich wenig gemacht. Ich bin gerade echt schlecht. Deine bösen Taten wurden... Meinst du, ich soll auf Mercy wechseln? Nee. Geht der mir auf den Sack. So, dann wollen wir mal rein-stimmen. Diese Welt, so klein, so klein. Wo sind sie? Wieso bettel ich mich mit dem Blues hier alleine auf dem Punkt? Ah, jetzt seid ihr da. Ich bin mir gar nicht so ruhiger. Wo ist er? Wo ist er? Hilfe! Geht was auf die Ohren! Wir haben links den Highground genommen? Hm. Ich geh da mal kurz hin. Ach, da haben wir schon geklärt hier. Ich seh schon. Schubse mal runter. Das hat sich schon alles hier erledigt. Ob das an der Uhrzeit liegt? Du meinst, jetzt spielen echt die ganzen kleinen Killis, die gerade... Ja, irgendwie Ausfall heute haben. Ah, stimmt! Ja, natürlich. Jetzt gibt's doch in manchen Bundesländern. Ja, 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 na klar. Letztens war hier auch und die Kinder verschenkt. Stimmt, stimmt. Oh mein Gott! Danke, bitte. Tschüss! Mist. Jetzt wird's massiv. Mir stirbt keiner mehr. Oh, ich bin gestärbt. Das könnte da... Ich glaube, die kriegen den Punkt. Nee. Also, sieht eigentlich nicht so... Könnte doch passieren. Ja, das könnte durchaus passieren. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn erfolgreich lang genug halten. Die haben den Punkt immer noch nicht? Wir waren am contesten. Achso. Hm. Na ja, dann... ...holen wir uns den Punkt mal zurück. Wenn jetzt noch wer auf den Punkt käme, während ich hier so schön mit Ulti stand... Sag doch einen Ton. Hab ich doch! Hab ich nie Höhe. Mehr außer Ulti, Y und dann rein, kann ich auch nicht machen. Ja. 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 Na ja, dann soll das. Und das... Dann suchen wir uns zwei einen neuen Highstore. Hm. Zu hoch. Immer diese Anfänger. Hm. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Und... Loop. Wupp, wupp. Kann man doch gar nicht vergessen. Loop. Nein. Kann natürlich mal passieren. Gerade wenn man erst Level... Keine Ahnung. Zwölf oder so. Nein. Kann ja nicht sein. Du hängst es erst ab 20? 25? Keine Ahnung. Oh, mich hat grad wer angeschrieben, der würde danach vielleicht ne Runde mitmachen. Doppelkill. Hab ich zwei Runde geworfen. Hm. Ich glaub schon. Bin mir da nicht sicher. Und einem on fire. Ich fließe die ganze Zeit nur rein und schubse Leute runter. Ich liebe es. Ich möchte echt öfter mit Anfängern spielen. So einfach kriegst du mich nicht. Alter, bitte. Ihr seid hier. Oh. Joa, vorne. Aber jetzt... Ah, ich schmeiß die alle runter, ist das witzig, und die lernen auch nicht raus. Wie der Soldier einfach nur da oben steht, als wäre er voll der Sniper. Oh, ich bin tatsächlich mal gestorben. Die Anna hat mich getötet. Sie haben ne Mercy da, Vorsicht. Bin tot, aber danke. Nein. Ich möchte zum Schluss mal gucken, wie viele Environmental Kills ich habe. Lustig, gerade wo keiner da war, auf den Punkt. Ja, und dafür kriegen wir jetzt irgendwie zwei Punkte oder so. Ja, ich sehe es schon kommen. Gerade 29 oder 39 oder so verloren. Die Mine war schön gesetzt. Zack, Zack. Ja, komm hier, Maria, da geht's nicht. Oh, ist schön. Ja, nie ist klar. Ja, jetzt doch noch mal. Oh, ist schön. Ja. ș